In dieser Entfernung, also, da darf er sich zurecht feiern lassen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Es ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizienter. Der Tat auch! Der Tat auch! Der Tat auch! Der Tat auch!